Wenn ich Bildungsvideos suche, gibt es neben YouTube auch eine neue Plattform. Das ist Mundo und ich erzähle, warum Mundo YouTube irgendwann besiegen wird. Es ist noch eine Plattform im Aufbau, finanziert vom Digitalpakt Schule. Also eigentlich hätte man eine Kriegskasse von 5 Milliarden. Wahrscheinlich werden sie mit ein paar Peanuts abgespeist. Aber sie machen schon drei Sachen richtig. Der Start ist gut. Erstens mal nicht nur Videos, auch Texte, Audiosimulationen. Irgendwann kommen 3D-Sachen. Zweitens, freie Lizenzen, Open Educational Resources. Also ich darf das als Lehrer frei verwenden, ohne Angst haben zu müssen. Und ein Wunder ist geschehen, 16 Bundesländer arbeiten gemeinsam. Dann müssen die aber, um wirklich groß zu werden, noch ein paar Sachen machen. Bei der Suche ist YouTube natürlich überlegen. Wenn ich fünfmal hier Suche eingebe und nichts finde, dann gehe ich dann doch wieder zurück zu YouTube. Google weiß, wenn ich Impuls eingebe, was will er wahrscheinlich. Der hat da jede Menge Daten und einen Algorithmus. Mundo muss einen anderen Weg gehen. Ich hoffe, dass sie das bald merken. Es muss in Richtung Katalog gehen. Weil wenn ich Impuls eingebe, meine ich Physik, Bayern, Gymnasium, 10. Klasse, Mechanik. Und dann will ich irgendwas zum Impuls. Und dieser Katalog, der muss da drin stecken. Und dann bewegt sich das alles in Richtung eines digitalen Schulbuches. Also ein Schüler sagt, Pyramiden, nicht irgendwelche Pyramiden, sondern Bayern, 9. Klasse, Mathe und so weiter. Ja, und dann habe ich hier nochmal Einführung, Aufgaben, Projekte und so weiter. Wenn ich sobald das da ist, sind wir besser als YouTube. Weil hier habe ich einfach nur die Suche, Pyramiden und kriege irgendwas. Dagegen beim Schulbuch, da habe ich es passend. Und manche haben vielleicht Angst, das wäre jetzt zu viel Arbeit, Hunderttausende von Dingen per Hand durchzukatalogisieren. Eine KI kann es noch nicht. Aber wie sowas im Internet geht, das sieht man bei Wikipedia und bei jedem Telekom-Forum sind drei Ebenen. Eine bezahlte Redaktion an so einer Zwischenebene von Lehrern mit Adminrechten. Die arbeiten dann eben eine Schulstunde weniger in der Woche und machen so ein paar Klickarbeiten. Und jeder, der möchte, kann diesen Lehrern mit Adminrechten irgendwelche Vorschläge machen, wie das Hochladen. Die werden dann gesichtet und die werden freigeschaltet. Das allein ist es noch nicht. Damit es gut funktioniert, ist die Motivation wichtig. Und diese Zahl, die Zahl der Aufrufe wird da unterschätzt. Viele denken bei YouTube immer an Geld verdienen. Aber für 1000 Aufrufe kriege ich einen Euro. Alter, das will ich ja gar nicht. Aber beim normalen Video habe ich 20 Klicks. Das mache ich für meine Klasse. Die Schüler schauen das an, manche nicht. 20, wenn ich da mal 1000 habe. Als Lehrer, ich freue mich ja ohne. Und dann auch noch 32 Mal den Daumen hoch und keiner hat runtergemacht und Kommentare. Und ich bin total happy. Dann gibt es noch Google Analytics. Da kann ich dann sehen, wie viele Leute schauen sich das Video bis zu Ende an. Ui, toll. Mundo hat das vermutlich nicht. Typisch deutsches, oh, das brauchen wir nicht. Und das ist die falsche Einstellung. Das brauchen wir. So, solche Werkzeuge, das ist wie Fleißbildchen in der Grundschule. Brauchen wir, auch 50-jährige Lehrer brauchen sowas. Fleißbildchen. Der nächste Punkt, Motivation ist das Wichtigste. Wenn ich nicht Milliarden dann die Lehrer, also bezahlen kann ich ja diese ganze Arbeit nicht. Es muss freiwillig sein. Es ist auch alles Creative Commons. So, die nächste Motivation, das ist auch schon, so arbeiten alle großen Open Source Projekte. Man muss sich einmal im Jahr real treffen. Das heißt, das ist hier das Deutsche Museum. Da kommen die Physiklehrer zusammen und essen Weißwürste und haben Workshops und Vorträge und so weiter. Das gibt dann wieder genug Schub, dass man dann ein Jahr lang jeder an seinem Rechner arbeitet und nur Mailkontakt zu den Kollegen hat. Was wir, das allein ist es jetzt noch nicht. Also jetzt, wenn ich jetzt behaupte, Mundo könnte YouTube überholen, werden viele lachen. Aber bei der Digitalisierung, so Grins, ja. VW hat auch gelacht, ja. Wie Tesla angefangen hat, irgendwelche Laptop-Batterien und irgendwelche Sportwägen einzubauen. Digitalisierung bedeutet, Dinge können sich ändern. Aber neben der Motivationsgeschichte und diesem, dass wir digitale Schulbücher haben, brauchen wir noch mehr. Wir sind diese 16 Bundesländer, da sind wir so stolz, ja. Das ist natürlich ein Witz. Um gegen USA bestehen zu können, haben wir Verbündete. Wir müssen europäisch denken. Da sind wir stark genug. Also alles andere ist ein Witz, ja. Mit die ganze EU, wer so eine echte macht. Und wir müssen an die Unis denken, ja. Mal überlegen, wie viele tausend Unis gibt es in ganz Europa. Und die ganzen Studenten und die ganzen Doktoranden. Und wenn die da alle was reinarbeiten. Was Unis haben, haben viele Länder. Aber was uns stark macht auf diesem Gebiet, sind die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Ich habe hier nur so einen Bruchteil mal hingeklickt. Wir zwingen Arte, dass sie nichts mehr auf YouTube stellen, sondern alles auf unsere Plattform, ja. Und zwar mit Creative Commons, also freie Lizenzen. Das mögen sie nicht. Das muss von oben kommen. Und dann wird es bunt, wird es unterhaltsam, macht Spaß. Und dann kriegen die langsam Angst bei YouTube. Jetzt die andere Plattform, die es noch gibt, ist TikTok. Die wollen einfach Geld verdienen. Und wenn es um Hongkong geht, möglichst keinen Ärger mit China. Ist ja chinesisch. YouTube ist eine Plattform. Es geht um Geld verdienen und Blödsinn gibt es Klickzahlen. Also Verschwörungstheorien, irgendwelche Lügen sind gut für YouTube, weil sie Klickzahlen geben. Wir hätten die Chance, so eine Europa-Plattform, wo es hauptsächlich um Qualität geht. Also jetzt sind wir im Jahr 2020. Die Leute, die entscheiden, die haben das noch nicht verstanden. Aber die Wichtigkeit von qualitätsvollen Inhalten für die Bildung, die ist so logisch. Das, ich glaube, spätestens in fünf Jahren. Also das dauert länger, wie man denkt. In fünf Jahren wird man wissen, das ist wirklich wichtig. Und wir müssen da nicht Millionen, sondern Milliarden Euro reinstecken. Und auf europäischer Ebene können wir das. Und dann kriegt YouTube Angst. Wenn ich sowas erzähle, also das ist zum Schluss von dem Video, möchte ich jetzt noch so zwei Ängste ausräumen. Weil eigentlich ist das ja klar, die eine Angst ist immer so die Angst vor Standardunterricht. Wenn alles im Internet ist, dann machen alle in Mathe immer nur Formeltest weiter. Aber dazwischen kann ich ja die kreativen Sachen verstecken. Sodass auch, wenn der Lehrer seinen Standardunterricht machen möchte, ja, also einfach nur Formeltest weiter. Dann sagen spätestens die Schüler, oh, da haben wir was Schönes gesehen. Warum machen wir nicht auch sowas? Das heißt, sowas wird nicht weniger häufig, sondern häufiger. Die nächste Angst ist Angst vor Zentralisierung. Dann haben wir dieses Mundo und alle müssen Mundo machen. Was Leute nicht verstehen, das sind ja freie Lego-Steine. Und wenn es mich nervt, dass diese vier Steine oben stehen, Moment, und irgendwie auf Platz 100, die meiner Meinung nach wirklich wichtigen Videos. Ja, was mache ich? Ich kann ja das benutzen, ich kann ja das schieben. Also ich brauche nicht viel, kein Verlag, nicht viel Geld. Ich brauche also erstmal eine Piratenflagge, viel Kaffee, ein paar Mitstreiter. Ganz allein geht es nicht, aber fünf Leute genügen, eine Woche Zeit. Und dann klicken, ziehen und dann klicke ich mir in meine eigene Plattform, mein eigenes Schulbuch, mein eigenes Piraten-Schulbuch. Also wer die Linux-Gemeinde beobachtet, der weiß, es gibt keine Zentralisierung, wenn wir hier Freiheiten haben, sondern Vielfalt. Die Vielfalt der Linux-Geschichten sollte man sich mal anschauen. Ja, also Mundo braucht Europa und braucht digitale Schulbücher und ja, Geld, ja, viel Geld. Und dann kriegt YouTube Angst. Ich weise noch so auf ältere Videos hin von mir. Bei digitaler Schule, mich hat es gegruselt, dass die Chancen der Digitalisierung nicht gesehen werden. Ja, hier geht es um was KI und Europa und hier geht es um Inhalte. Ja, wir brauchen nicht nur WLAN. WLAN allein bringt nichts, auch eine Cloud allein bringt nichts. Gut. Gut. Ja, wir brauchen nicht nur WLAN.